Hallo Leute, danke für Drohung und Alkohol, viel Spaß mit diesem Scheiß. Es beinhaltet, äh zwei, Kevin. Treffen sich zwei Personen, Kevin und Kevin. Sagt der Taube, Kevin, ich kann nichts sehen. Sagt der andere, Kevin, geh weg, ich bin am Kack. Darauf, Kevin, ich hab mir eine Pizza bestellt. Ananas, Ananas. Kevins Antwort, ach scheiß drauf, Kevin. Fragte eine, Kevin, wie nennt man einen Kevin? Kevins Antwort, keine Ahnung, ist 42. Sagt der andere, Kevin, nein. Darauf, Kevin, Opa, sagt der andere, Kevin, nee. Darauf, Kevin, Biotonne. Kevins Antwort, ja, ja, äh, nein. Sagt der andere, Kevin, Rosen sind rot. Darauf, Kevin, nee. Und, da er gerne raucht, sagt er, ach Kevin, keine Ahnung. Darauf der blinde, Kevin, das seh ich genauso. Und, oh, ja, oh je. Ui, hey Kevin, ich habe genug Kevins Antwort. Okay, dann danke fürs Gucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.